herzlich willkommen auf dem youtube kanal flipped history class mein name ist josef buchner und ich möchte euch in diesem video zeigen wie ihr diesen kanal als lernplattform nutzen könnt als erstes sucht ihr ein video aus das deinem interesse entspricht zu jedem video gibt es ein begleitmaterial das downgeloadet werden kann zb arbeitsblätter aber es gibt auch andere sachen wie zb quizze erstellt mit kahoot oder auch lernspiele erstellt mit learning apps org wo findest du dieses material in der beschreibung eines jeden videos gibt es links mit diesen links kommst du auf einen google drive ordner und dort findest du die materialien alle videos sind unter einer creative commerce lizenz und alle materialien unter einer public domain lizenz wenn du mir ein feedback geben willst dann hinterlassen wir noch einen kommentar oder wenn du eine coole idee hast zb für ein video dann schreiben wir auch einen kommentar wenn es dir gefällt dann teil das video darüber würde ich mich sehr freuen und wenn du immer up to date bleiben willst dann abonniere meinen kanal viel spaß beim lernen